Heute habe ich einen Beitrag im WDR aktuell in YouTube gesehen und da hat die Gruppe letzte Generation eine ganz radikale Protestform gewählt. Sie haben Kartoffelbrei gegen das Gemälde geworfen und sie haben sich mit Sekundenkleber an der Wand angeklebt, um auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Und viele Leute schreiben dann empörte Kommentare, das sind ja Verbrecher, die gönnen ins Gefängnis und so weiter und so fort. Und ich vermute mal, dass viele gar nicht das Video zu Ende angeschaut haben, weil nach ein, zwei Minuten erklärt man, das Kunstwerk war durch eine Glasscheibe geschützt. Und das wissen natürlich auch die Aktivisten. Und da wird nichts beschädigt, auch bei der Tomatensuppenwerfaktion gegen ein Gemälde ist auch nichts passiert, weil auch Fensterscheibe. Und ich habe so den Eindruck, dass viele Leute, ja, das Video gar nicht zu Ende angucken. Ich weiß das ja bei meiner Analyse, wenn ich meine Videos sehe, wer schaut sich mein Video zu Ende an? Weniger, ne? Und sagen wir mal, nach einer halben Minute sind vielleicht 25% noch beim Zugucken dabei und dann sinkt das immer weiter. Und das ist irgendwie das Problem heute. Ja, und dass wir auch mittlerweile durchschnittlich eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben als ein Goldfisch. Ja, ein Goldfisch kann die Aufmerksamkeit neun Sekunden halten. Wir mittlerweile nur noch acht. Liegt bestimmt auch an den TikTok-Videos, die immer so schön kurz sind und wo man nicht viel Aufmerksamkeit braucht. Ja, wir sind die Generation kurze Aufmerksamkeit. Und dadurch erfassen wir, ja, viele Dinge nicht mehr richtig und sind dann dauerempört, ohne wirklich was zu verstehen. Natürlich ist diese Aktionsform der letzten Generation eine sehr radikale, aber mittlerweile schauen wir über die Klimakatastrophe weg, hinweg. Warum? Ich verstehe es nicht. Ja, wir hatten dieses Jahr wieder Hitzewellen gehabt, wir hatten dieses Jahr wieder Dürre gehabt, die Lebensmittelpreise steigen. Ja, und wenn das so weiter steigt, können sich die Leute weltweit ihre Lebensmittel nicht mehr leisten und verhungern dann. Also Klimakatastrophe bedeutet, ja, Tod. Und das ist vielen gar nicht klar. Und was ist dagegen Kartoffelsuppe gegen ein Meisterwerk werfen? Ich glaube sogar, den Künstlern hätte diese Aktion gefallen. Da bin ich mir sicher. Und ja, wir müssen aufmerksam sein. Jetzt glaube ich, Leute.